hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfelder land 1.4 wieder mit dem herrn diesel dieses mal benutzt er natürlich nicht den landwirtschaftlichen weg sondern den richtigen finde ich gut dass sie sich das gleich gemerkt haben ja ich weiß nicht was auf dem spiel steht sie wissen nicht was auf dem spiel stehen nein ich weiß was auf dem feld auf dem spiel steht und gut nicht dass sie wieder so ein so ein mugs wie gestern fabrizieren falsche straßen fahren ja aber ich denke ich denke in der prüfung wissen sehr worauf es ankommt da kriegen genau darum werde ich nachher mich noch mal bevor ich mein feld weitermachen kann ich ja gar nicht schlepper mehr ein schlepper auch nicht mein trecker steht noch beim ray 6 also werde ich damit stehen nachher noch mal über die bücher schwingen sie können auch für mich eine fahrt erledigen ja jetzt gerade mal überlegen ich glaube der glas steht bei mir am hof weil mit dem müsste ich beim händler was abholen aber dann dürfte ich auch so gesehen nicht bei dir zum wald rein fahren weil es ja auch land und forstwirtschaftlicher verkehrsweg ist na moment moment sie müssen aufs kleingedruckte achten wenn sie anliegend etwas zu tun haben auf diesem weg also vorhin hätten sie mich natürlich theoretisch nicht abholen dürfen ist richtig aber doch auch da da haben sie ja was zu tun gehabt auf dem wald das kann man schon argumentieren das ist ja das ist ja wie wenn sie eine anliegerfreie straße benutzen und zu einem bekannten fahren das dürfen sie ja auch dann habe ich ja ein anliegen meinen bekannten zu besuchen ja wobei es eher der anlieger ist ja eher der bekannte ja und wenn sie jetzt zu mir im wald fahren dann müssen sie dort ja auch was tun ja stimmt also dürfen da jetzt nicht zum spaß oder zum abkürzen durchfahren so ja dann fahren sie links im wald dann könnten sie nämlich denn schon dir zu mir ans sägewerk fahren die stämme im sägewerk einladen wo soll ich dann das auto parken hier vorne stellen sie es hinten in den wald rein bisschen hier an der seite rechts ran dass man auch erkennt dass sie hier was zu tun haben sonst denkt nach einer sonst was im moment ich muss mir gerade noch den roten zettel holen die rote fahne hier zack nach hier dran kloppen gut ja rote fahne sie wissen ja wenn es mit länger als ein meter über steht müssen sie markieren gut dann schwingen wir uns mal rein können nebenan sitzen dann fahre ich erst mal ein stück das holz müssten sie halt dann im sägewerk abladen sie wissen wie wo was ja auf das mal der schiebt dabei viel gewicht auf der hinterachse dann natürlich ein bisschen versuchen zu bremsen der schiebt natürlich ein bisschen nach so ich lade erst mal ich halte erst mal beim ding am hof dann ja ich weiß jetzt auch warum man johnny so gestreikt hat und kerzen weil es dadurch der motor nicht mehr will naja klar der kann nicht mehr starten aber während der fahrt geht er dann nicht dass wenn er während wegen der zündkerzen geht da ist das dann auch normal sei während der fahrt dann ausgeht kann sein der anlasser ist ja der gibt nur den stadt dinge ist glaube ich zum startstrom zum zu den gerzen ach hier steht ja noch der lkw vom lu so ein mist wo steht denn jetzt mein glas ach den hat ja selbe gehabt okay dann fahren sie mal das ding dahin danach können sie den wieder in wald stellen danke tschüss ja mist Ach komm, wir fahren vorne rum. Muss ja nicht jeder wissen, dass wir das machen. Der ist gerade mal ein bisschen ausgebrochen. Stimmt, der Glas, den hatte ich ja dem L.U. hingestellt. Jetzt ist nur die Frage, wo die jetzt hingefahren sind damit. Ich glaube, sie sollten ihn an den Hof stellen. Das gucke ich gerade mal. Ob der bei denen am Hof steht, wenn er da steht, dann wäre ich gut. Dann könnten wir den Tiefenlockrad holen. Da, 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 da. So, was knöpfe ich dem jetzt denn ab für die Fahrstunde? Dreieinhalb tausend. Nochmal tausend fünf hundert für die Fahrprüfung, oder? Also fünftausend. Fünftausend ist, denke ich, ein guter Preis. Ups. Und dann, da, 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 da. Hallo? Hallo? Ich will meinen Tiefenlockrad abholen. Passt der ran? Ah ja, perfekt. Dankeschön. Jo. Tschö. Tschö. Ja, schön tagt in euch. Da ist wohl einer Sau, weil ich nicht bei ihm gekauft habe. Kann ich auch nichts dafür, wenn er nicht da ist. Wäre er da gewesen hätte, hätte ich wahrscheinlich bei ihm bestellt. Ja, 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 so ist das halt. Ja, ja, so ist das halt. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, das ist halt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich bin gleich mal gespannt, ob der es geschafft hat, das Holz abzuladen. Das war nicht mein Verschulden. So, ich bin auch am überlegen, ob ich erstmal Tiefen lockern soll. Oder ob ich noch ein bisschen warte, bis nach dem Regen. Dann ist die Erde weicher. Aber dann könnte auch passieren, dass wir einsinken. Na, ich denke, ich warte tatsächlich bis nach dem Regen. So, ich bin gleich mal gespannt, ob der es geschafft hat, das Holz abzuladen. So, ich bin gleich mal gespannt, ob der es geschafft hat, das Holz abzuladen. Wenn die Erde ein bisschen aufgeweicht ist, dann geht das Ganze bestimmt besser. So, ich bin gleich mal gespannt, ob der es geschafft hat, das Holz abzuladen. und hat es geklappt bin noch einmal abladen mit deiner poltergabel nicht zurecht das war jetzt umgeschickt muss eigentlich einfach mit dem drehschirmel drauf waren also ich dachte ich muss jetzt einfach draufladen die die anderen laden deshalb also wofür hat man den produktion dass die anderen für einen arbeiten auch wieder war gut wird kommen sie dann noch mal wie schnell bist du denn jetzt dann muss halt gucken dass ich ordentlich mit dem drehschirmel rangiere weil ich bin noch nie drehschirmel rangieren gewesen also weil du weißt ja drehschirmel und ich keine gute kombi ja ich komme dann im wald ja ich habe von jemanden gehört du willst sie so in acht meter tiefen lockerer holen wie ich den habe weil wenn du den nötig hast kannst du noch von mir ausleihen du weißt ja ich habe ja so ein habe ich nicht gewusst oder nicht mehr hatte ich wohl vergessen leider zu spät ich habe den nämlich gerade schon hinten dran hängen ok ja aber trotzdem danke also wie gesagt ich komme gleich in wald rüber gelaufen wie es dann ma Ciao. Tschüss. Tschüss. Zum Glück ist hier nie Polizei. Kann man immer so schnell fahren wie man will. Was war denn das jetzt? Rückwärtsgang geklemmt. Warte mal. Ich gehe mal kurz gucken wie viele Eier wir noch haben und das war es dann auch schon wieder für die heutige Folge. Oh, zwei, vier, fünf, sechs. Sechs und ein bisschen. Das ist schon mal gut. Zwölf. Zwölf Kartons. Also liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Bis zum Glück. Vielen Dank.